Ja, man fragt sich, warum Schubert diese Sinfonie nicht vollendet hat. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Henry Brand. Henry Brand hat die Unvollendete von Schubert vollendet. Schubert Henry Brand, der amerikanische Komponist, hat mir vertraut, dass Schubert ihm in einem Traum erschienen ist. Und hat ihm erklärt, dass für den dritten und vierten Satz von seinen Sinfonien bräuchte er die neue moderne Hörner, die in Paris waren, aber noch nicht in Wien waren, mit deren Modulationsmöglichkeiten. Er hat schon einen dritten, vierten Satz gehabt und diesen dritten, vierten Satz hat er genommen für ein Streichquartett, wofür er gutes Geld bekommen hat. Dieses Streichquartett übrigens ist Tod und das Mädchen. Henry Brand hat der dritte, vierte Satz transponiert und instrumentiert kürzlich und das kann man präsentieren aus Schubert's Sinfonie vollendet. Wissen 1 2 3 5 0 0 6 0